Hi, ich bin Michi. Willkommen zu deiner Becher-Challenge. Du brauchst hierfür drei Flaschen und drei Becher. Und wie das Ganze funktionieren soll, mache ich dir jetzt vor. Vielleicht klappt es auch beim ersten Mal. Sehr gut. Jetzt wird es spannend. Oh, ich würde sagen, das zählt. Also du siehst, das ist die Challenge. Du wirst ein bisschen üben müssen, aber du kannst deine Familie mit ins Boot holen, deine Freunde oder auch deine Geschwister. Und damit du das später genauso gut machst wie ich, kannst du erst einmal hier an der Tischkante einmal trainieren. Wenn du das kannst, dann ab zu den Flaschen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Becher-Challenge. weil du siehst, dann ab zu den Flaschen. Und das ist die Flaschen. Und damit du das kannst, dann ab zu den Flaschen. Und das ist auch bei der Flaschen. Vielen Dank.